Seltsame frühkindliche Erfahrung von Anonym Ich würde gerne etwas erzählen, was wohl weder ein Tripbericht noch ein Traumbericht ist. Trotzdem habe ich das Bedürfnis, diese bereits lange zurückliegende Erfahrung zu teilen. Also, es geht um eine seltsame Erfahrung, die ich mit etwa 5 Jahren hatte. Ich wachte nachts auf, da ich auf Toilette musste. Ich ging, wie immer, aus meinem Kinderzimmer durch den dunklen Korridor in Richtung WC, welches direkt rechts vom Kinderzimmer war. Ich wollte gerade das Licht zum Badezimmer einschalten, als ich etwas bemerkte, das ich nicht anders beschreiben kann als tanzende Lichter, die sich auf der Wand über dem Kücheneingang, neben dem Wohnzimmer, bewegten. Sie kamen und vergingen in einer Art Tanz. Ich beobachtete dies eine Weile und fragte mich, was wohl der Ursprung dieser Lichter war. Ich kannte bereits Lichterspiele, die die Scheinwerfer parkender Autos an Wänden hinterließen, doch das war anders. Auch die Stelle dort oben an der Wand war für Lichteinfälle aus einem der Fenster unmöglich. Diese Lichter übten eine Art Anziehung auf mich aus und in meiner Neugier, die Quelle dieser Lichter zu finden, ging ich, trotz des Wissens, dass sie nicht aus dem Wohnzimmer stammen können, in dieses hinein. Beim Durchschreiten der Türschwelle bemerkte ich sofort eine geisterhafte Erscheinung. Ja, wie Casper der Geist oder blauer Rauch, meiner Kindergärtnerin. Sie stand auf dem Platz, an dem ich mich üblicherweise im Wohnzimmer befand und tadelte mich. Sie blickte mich direkt an, sprach meinen Namen aus und fragte, warum ich immer so langsam sei. Das habe ich früher oft gehört. Mich packte die pure Angst. Ich rannte sofort zurück in mein Kinderzimmer, kein Gedanke mehr an die Toilette und zog mir die Decke über den Kopf. Ich glaube, ich habe in einer Art Mantra Einfach nur einschlafen, einfach nur einschlafen, einfach nur einschlafen, etwa 15 Minuten versucht zu vergessen, was ich gerade erlebt hatte. Ich bin froh, dass meine Kindergarten-Erzieherin damals noch gelebt hat. Ich hätte sonst mit Sicherheit falsche Schlüsse aus dieser Erfahrung gezogen. Seltsamerweise hat sie mich kurz darauf, möglicherweise auch am nächsten Tag schon, zu sich gerufen. Ich dachte erst, ich hätte wieder etwas falsch gemacht, doch sie schenkte mir eine Glasmurmel. Das war, soweit ich mich erinnere, das einzige Mal, dass ich ein Geschenk oder auch nur positive Aufmerksamkeit von ihr bekommen habe. Ich hoffe, dieser Bericht ist nicht zu verstörend. Ich habe versucht, die Dinger so genau wie möglich zu beschreiben, ohne zu ausschweifend zu werden. Liebe Grüße. Mein persönlicher Senf. Ja, danke für diesen Bericht. Wie schon gesagt, ihr könnt mir gerne alle eure Story schicken. Auch gerne was in die Richtung. Muss nicht mal irgendwie creepy sein oder, sag ich mal, übernatürlich oder spirituell oder sonst irgendwas. Auch wenn ihr einfach mal was draußen erlebt habt, irgendwie im Wald ist euch ein Reh über den Weg gelaufen und das ist fünf Meter voll stehen geblieben oder so, solange das mehr als eine halbe Seite ist, werde ich den Bericht dann auch veröffentlichen, auf jeden Fall. Weil ich mag einfach dieses Hörbuchformat, da ist es gar nicht so wichtig, dass es quasi irgendwie eine super krasse Story ist oder etwas, was man nur einmal im Leben erlebt. Mir geht es wirklich einfach um eure Erfahrungen und ich finde es einfach schön, quasi die dann, sag ich mal, in die Welt hinaus zu schicken und die mit euch allen zu teilen, weil das ist so dieses Konzept, finde ich, von dem Kanal. Einfach Erfahrungen zu teilen mit anderen Menschen und sich so ein bisschen daran zu erfreuen, würde ich mal sagen. Ja, was sag ich zu dem Bericht? Ich denke, du hast wahrscheinlich entweder geschlafwandelt oder vielleicht sogar geträumt. Falls nicht, es gibt ja wirklich Leute, die auch einfach so Halluzinationen haben. Ich glaube, ein Prozent der Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben Halluzinationen quasi, auch ohne Substanzen, auch ohne Drogen. Ich glaube, bei Kindern ist das sogar noch verbreiteter, dass die einfach mal quasi richtige Halluzinationen haben, auch teilweise ohne dabei zu schlafen oder müde zu sein, sondern einfach am Tag. Das kann schon mal passieren und das kann auch sein, dass es nur einmal passiert und danach nie wieder. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ist natürlich trotzdem sehr, sehr verstörend dann, weil man nicht weiß, was es ist und sich das ja in dem Alter auch noch nicht logisch erklären kann. Und wenn man es dann irgendwie erzählt, wird dann wahrscheinlich auch eh nicht geglaubt, würde ich mal behaupten, wenn man das jetzt seinen Eltern erzählt. Von daher ist es natürlich dann auch schwer, damit umzugehen. Aber fand ich trotzdem sehr interessant, war jetzt nicht allzu lang, aber das ist so, sage ich mal, die Mindestlänge eines Berichts. Das ist jetzt etwas mehr als eine halbe Seite, quasi in Word, Schriftgröße 12 und das reicht vollkommen aus. Also dann haben wir jetzt so einen 4 Minuten Bericht mit meinem Senf dazu und muss ja nicht jeder Bericht irgendwie wie von Joachim 35 Minuten oder so gehen. Von daher, danke, danke. Wie schon gesagt, falls ihr einen Bericht für mich habt, gerne auch in die Richtung, gerne auch eine andere Erfahrung oder ja, eigentlich ein Erlebnis, irgendwas, scheißegal, sage ich mal so. Ich habe jetzt jeden Bericht, den ihr mir geschickt habt, auch veröffentlicht. Einen habe ich wieder runtergenommen, weil da eine Anleitung drin war. Also bitte keine Anleitung zum Konsum von Substanzen oder wie man sich einen bestimmten, in dem Fall war es Fliegenpitz, eine bestimmte Fliegenpitz-Zubereitung herstellt. Weil da sieht YouTube rot und da kann man wirklich Ärger für bekommen. Aber ansonsten, scheißegal, ich habe ja sogar den Wichs-Bericht veröffentlicht, den mir einer von euch geschickt hat. Da bin ich wirklich offen für alles. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.